23. Mai 89. Der letzte Tag im Leben des Karl Koch. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft ich den Roman Illuminatus gelesen habe. 50 Mal, 60 Mal. Auf jeden Fall hat mich eine Stelle immer am meisten fasziniert. Alle großen Anarchisten starben am 23. irgendeines Monats. Der 23. ist ein guter Tag zum Sterben. So beginnt der Spielfilm 23. Und so endet das wirkliche Leben des Hackers Karl Koch. Er starb mit 23 Jahren. Seinen verkohlten Leichnam fand man in einem Waldstück bei Giffon in Niedersachsen. Daneben ein geschmolzer Benzinkanister. Selbstverbrennung, vermutete die Polizei. Freitod oder Hinrichtung? Diese Frage quält Hans Hübner, Karls Freund aus alten Hackertagen, noch immer. Sicher ist, Karl fühlte sich verfolgt. Ich kann mir das einfach gut vorstellen, dass seine ganzen Träume dahin waren. Und dass er genau das gesehen hat. Also vielleicht nicht immer, aber vielleicht einmal zu oft. Und vielleicht hat er einmal zu oft einfach sein gewünschtes Lebenswerk als gescheitert gesehen. Das kann durchaus sein. Seinen Namen kannten nur Eingeweihte. Aber was er getan hatte, beschäftigte die Medien weltweit. Per Heimcomputer und Telefon brach er in das Datenverbundsystem ein. Unter dem Pseudonym Heckbar Zilein ging der Computerfreak aus Hannover auf Datenreise in Großrechnern von Militär, Behörden und Forschungslabors. Nicht nur zum Spaß. Koch und einige Freunde hatten ihre Künste an den sowjetischen Geheimdienst KGB verkauft. Jetzt, zehn Jahre danach, kommt der authentische Thriller über Hacker, Spione und Verschwörungstheorien in die Kinos. Was ist das? Irgendwelche russischen Städte. Das ist ein Planspiel für den Atomkrieg. Scheiße, Karl, du panikst hier, dauern nur rum. Das sind Atomkraftwerke. Hier, Anzahl der Reaktoren, Leistung, Meter. Das bringt den Ruhe zu ändern. Die haben mich hier auch nicht auf der Herkunft der Abschussliste. So fängt der nächste Krieg an. Die jagen so ein Ding in die Luft. Sag mal, was soll denn das? Hey, du hast die Luft gemacht. Scheiße, Karl, hau ab, du nervst mich. Aua! Karls Freund im Film heißt David. Ähnlichkeiten mit realen Personen sind beabsichtigt. In den 80ern war das halt alles noch nicht so, wie es jetzt ist, dass jeder einen Computer hat. Aber es war eben damals auch schon so, dass viele wichtige Dinge, die auf dieser Welt passieren, nur mit Computern überhaupt noch passieren. Also Börsen, Kraftwerke, ganze Transportlogistik, alles, Militär, alles hängt von diesen Computern ab. Und Karl hat halt geglaubt, dass wenn er diese Computer unter seine Kontrolle bringt, dass er dann eine Möglichkeit hat, die Welt zu verändern. Ein Glaube, den Karl Koch aus dem Kultbuch Illuminatus bezog. Die 23 gilt den Illuminaten als heilige Zahl. In der drogenvernebelten Science-Fiction-Story geht es um Weltverschwörer, die einen Atomkrieg anzetteln wollen. Romanheld Hekbar Zilein hat die Aufgabe, die Welt vor den bösen Mächten zu retten. Karls Jugendfreund Freke Ower erlebte mit, wie der Hacker mehr und mehr in die Psychowelt des Romans abtauchte. Er meinte, er wäre Hekbar Zilein. Genauso wie er hat er die Aufgabe, gegen die Weltverschwörung zu kämpfen, die Weltverschwörung aufzudecken und öffentlich machen, auch dann eben die Gefahr zu bannen. Aber in ganz harten Phasen ging das bis dahin, dass er sich für den Messias hielt. Wohl nicht zuletzt deshalb, weil Karl schon früh und gerne Drogen nahm. Zuerst Haschisch, dann Härteres. Ein von ihm selbst verfasster therapeutischer Lebenslauf weist aus, bevor er volljährig wurde, hatte er schon diverse Psycho- und Drogentherapien hinter sich. Darunter Behandlungen wegen Kokain-Psychose und Aufenthalte auf der geschlossenen Station eines Landeskrankenhauses. In der gesamten Geschichte seiner Kindheit liegt der Schlüssel. Also seine Mutter ist früh an Krebs gestorben. Dann zog die Oma ein, die vom Vater auch nicht gut behandelt wurde nach seinen Erzählungen. Die ältere Schwester war damals heroinabhängig. Gab mehrere Selbstmordversuche von ihr in der elterlichen Wohnung, die Karl so als 10-, 12-Jähriger mitbekam. Ich denke, dass in dieser persönlichen Geschichte schon ein Großteil der Ursache liegt. Anerkennung fand Karl Koch, hier 1986 auf der Computermesse CeBIT, nur als Hacker. Und dann haben wir noch den Karl. Der Karl ist Gymnasiast aus Hannover auf dem Wege zum Abitur. Und der Karl betätigte... Doch während die von der Öffentlichkeit andächtig bestaunte Hackerei für die meisten seiner Freunde Spiel war, wurde sie für Karl, alias Heckbart, bitterer Ernst. Der Computer war für ihn zur Waffe geworden im Kampf gegen die Illuminaten. Denn, so vertraute er dem Lehrer und Journalisten Jochen Sperber an, die Verschwöre bereiteten in den Großrechnern von Forschung und Militär den Atomkrieg vor. Zur Abwehr durchstreifte er als Käpt'n Heckbart Nacht für Nacht die Datennetze, den Feind fest im Blick. Wir haben hier eine sogenannte Side-List von Computern, die gehackt worden sind 1987. Da haben wir zum Beispiel hier oben das Nava Goddard Space Flight Center, um ein Beispiel zu nennen. Aber wenn man sich die Liste der Rechner durchguckt, findet man also auch noch weit mehr. Zum Beispiel das Nava Headquarters mit den Rechnern Custer und Pollux, aber auch hier das Max-Planck-Institut für Kernphysik aus Heidelberg. Oder ein Rechner des Kernforschungsinstituts CERN aus Genf, das ist die Europäische Kernforschungsanlage. Davon gibt es noch mehr. Die Kernforscher brauchten damals die besten Datenleitungen. Das war der eigentliche Grund, warum also diese Institutionen besonders betroffen waren. Das schien doch alles zusammenzupassen. Also, er weiß jetzt inzwischen, welche seine Feinde sind. Er weiß, was er verhindern möchte. Er braucht eine Mission, die sehr ehrenhaft ist, die ihm auch Anerkennung einbringt. Und dazu ist also auch ein hohes Maß an Leistung erforderlich. Dass Karl innerlich zum Wrack wurde, bemerkte damals angeblich niemand. Als der Vater starb, erbte er reichlich. Das meiste ging drauf fürs Hacken und für Drogen. Bei wem könnt ihr jeden Abend saufen, kiffen und die Telefonrechnung hochtreiben? Bei mir. Karl, ich würde dir gerne jemanden vorstellen. Das ist Lupo. Lupo, das ist Karl. Freut mich. Im Film folgt ein Anbahnungsgespräch. Ähnlichkeiten mit realen Vorgängen sind möglich. In der Wirklichkeit hatten sich Bekannte gemeldet, die über Drähte nach Moskau verfügten. So entstand offenbar die Idee, Hacker-Know-how an die Russen zu verscherbeln. Es war die ausgehende Zeit des Kalten Krieges. Die Sowjets brauchten dringend Softwareprogramme, die als Embargo-Ware legal nicht in den Ostblock gelangten. Die Hacker wollten aushelfen. So übergaben sie beim Antrittsbesuch in Ost-Berlin dem KGB-Kontaktmann ein Magnetband mit Zugangsinformationen. Zusammengestohlen bei Datenreisen. Doch es gab unerwartete Kommunikationsstörungen. Der Serge hatte einfach überhaupt keine Ahnung. Der wusste gar nicht wirklich genau, wovon wir reden. Der hatte Kunden. Und diese Kunden wollten von ihm Software haben. Und wir waren für ihn mögliche Zulieferer von Software. Und was wir ihm sonst liefern können, interessiert ihn nicht. Es sei denn, es sind eben strategische, heikle Informationen, die also unmittelbar heikel sind. 30.000 Mark sollen die Russen für die an sich wertlosen Informationen bezahlt haben. Geld, das vor allem der drogensüchtige Karl dringend brauchte. Und so suchte man weiter nach Spionagegut für das KGB. Wir hackten nach allem, was wir in die Finger kriegen konnten. Wahllos kopierten wir irgendwelche Dateien aus Universitäten, Firmen oder Bibliotheken. Oft war es ganz leicht, die riesigen Kisten zu knacken. Die Leute hatten einfach keine Fantasie beim Erfinden ihrer Passwörter. Manche nannten es einfach Passwort, andere nahmen den Namen ihrer Frau oder ihres Hundes. So wurden bei diversen Besuchen in einem Büro in der Ostberliner Leipziger Straße im Sommer 1986 weitere Disketten und Computerausdrucke überreicht. Darunter Adresslisten von US-Militärcomputern. Die sahen beeindruckend aus, waren aber im Westen frei zugänglich. Irgendwann hatten die Russen dann wohl genug vom spätpubertären Agentenspiel. Meine Überlegung war hier, dass vielleicht das Ausbauen dieses Wissens für die Russen von Vorteil gewesen wäre und dass man darüber vielleicht in irgendeiner Art hätte kooperieren können, aber das war halt überhaupt nicht gegeben. Der wollte Software kaufen. Und da gab es also auch eine klare Bestellliste und klare Preise, die vorgegeben wurden. Das soll man liefern und dafür gibt es das Geld. Und so war das Ganze dann auch für mich nach dem Besuch erledigt. Also ich konnte nichts liefern. Karl dagegen fing an abzudrehen. Er hatte auf die Chance gehofft, gemeinsam mit den Russen den Atomkrieg zu verhindern. Stattdessen steigert er sich jetzt immer weiter in eine Psychose hinein. Wieder und wieder sah er sich Bilder aus Tschernobyl an. Er glaubte, er selbst habe das Reaktorunglück via Datenleitung ausgelöst. Es ist ihm dann Stückchen für Stückchen die Realität abhandengekommen. Und das Schwierige war, dass es ab einem gewissen Punkt für mich dann nicht mehr zu differenzieren war. Wo ist es jetzt nur Paranoia von ihm und wo ist es auch Realität? Also es fanden ja auch Sachen statt, die ich dann auch selber erlebt habe. Und das Nachrichtendienst fährt langsam um den Block. Also offensichtlich zeigen, wir wissen, dass du da bist, wir gucken jetzt. Oder auch dieses, was er mir damals erzählte, die waren in meiner Wohnung, und ich dachte, ich komm, Karl, du spinnst. Anni nicht. Doch Karl war längst zur Hauptfigur in einem Krimi geworden, den sich kein Drehbuchautor hätte besser ausdenken können. Er suchte nach neuen Abnehmern für seine Geschichte und offenbarte sich Journalisten des NDR. Die witterten die Story ihres Lebens und präsentierten dem erstaunten Publikum wenig später ein beeindruckendes Panorama des investigativen Journalismus. Einen authentischen Report über den schwersten Spionagefall seit der Enttarnung des Kanzleramtsagenten Günther Guillaume. Der Vergleich ist total lächerlich. Wir waren gar keine richtige Quelle. Wir waren irgendwie ein Satz bekiffter Studenten, die am Computer gesetzt haben nachts und irgendwie, weil sie gerne Kohle hatten, irgendwie nach Biegen und Brechen versucht haben, irgendwelche Sachen darüber zu liefern, aber eine Quelle ist schon was anderes. Und dann, auf Vermittlung der Journalisten und motiviert durch Zusagen auf Straffreiheit, packte Karl nochmal aus. Beim Bundeskriminalamt gestand er, wie zuvor schon beim Verfassungsschutz, die Spionage für das KGB. Dabei blieb es nicht. Plötzlich wurde der offenkundig psychisch Kranke und Drogenabhängige zur beliebig ausbeutbaren Quelle für Informationen über die deutsche Hacker-Szene. Die haben ihn halt ausgequetscht. Den Vorwurf, den ich den Ermittlungsbehörden da mache, ist, dass sie einfach nicht geguckt haben, in welcher psychischen Verfassung Karl zu dem damaligen Zeitpunkt war. Das war nicht mehr zu übersehen. Also abgesehen davon, dass sie natürlich wussten, dass er mehrfach psychiatrische Behandlung im Landeskrankenhaus war, war das auch für jeden offensichtlich. Das hat sie aber nicht interessiert. Sie wollten dann ihre Informationen und die sind von so einem Informanten wahrscheinlich sogar leichter zu bekommen. Einige Monate später dann eine polizeiliche Großaktion. Wohnungen wurden durchsucht, aber nur ein Beschuldigter kam in Haft. Das Verfahren endete schließlich mit Bewährungsstrafen für drei Hacker. Der angeblich größte Spionagefall seit Guillaume entpuppte sich als Flop. Auf Vermittlung einer Bekannten fand Karl Arbeit, ausgerechnet in der CDU-Geschäftsstelle Hannover. Mit dem Dienstpassat sollte er Papiere in die Staatskanzlei bringen. Es war der 23. Mai 1989. Vor einigen Tagen hatte der Ex-KGB-Hacker erfahren, dass er straffrei ausgehen würde. Ich glaube, dass Karl genauso wie ich aus der Geschichte rausgekommen ist, aber halt aus seiner psychischen Situation nicht rausgekommen ist. Und daran dann eben auch gescheitert ist. Egal wie es jetzt im Endeffekt abgelaufen ist, aber es war seine seelische Instabilität, die ihn letztlich ins Irrenhaus gebracht hat, die ihn in eine psychiatrische Behandlung gebracht hat und die ihn wahrscheinlich dann auch das Leben gekostet hat. Einen letzten Versuch, die Wahnwelt zu verlassen und vom Kokain wegzukommen, hatte Karl Koch einige Tage zuvor erfolglos aufgegeben. Ein Computer besaß aus Geldmangel schon lange nicht mehr. Den Kontakt zu den Freunden hatte er abgebrochen. So hatten die Illuminaten am Ende wohl doch gesiegt. Käpt'n Heck Barzilein war die Regie entglitten.